So, moin moin, Le Grand Rouge hier, weiter geht's mit Total War of Warhammer 3 und unserer Endschlacht, Sao Ming dem Eisendrachen. Okay, wir müssen hier erstmal, hätte ich hier gerne einmal Munition bei allen. Tiergirne-Regeneration. So, also euch nehme ich auf jeden Fall mit. Und euch auch. Wir haben übrigens unseren Magier verloren, euch nicht aufgepasst. Oh ja, dann kann man zumindest schon mal. Und da ist das hier hinten ein Punkte-Generator ohnegleichen. Ein stetiger Strom an Sachen. Sun Yung's faithful. Stone and steel. All in formation. March in ordered ranks. und jetzt alle wieder ihren dings angeklemmt haben können die da alle wieder hin das problem ist das ist viel zu viel was von ihr kommt kriege ich nie im leben gehalten das heißt wir pushen durch jetzt müssen wir die schmiede der seelen einnehmen ein bisschen tempo hier das hinten ist auch verlorene posten wenn wir ehrlich sind das kriege ich nie im leben gedefft mit so wenig truppen da müsste ich weiß ich wie viele truppen abstellen um das zu deffen wir haben sogar schon turm kaputt gemacht die 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 vorwärts das wird hier ein heilloses durcheinander werde ich über gespanntes wort schafft das ist noch beispiel die punkte können nicht eingenommen werden die sind gelockt okay das macht das natürlich um einiges einfacher werde ich hier gar nicht so viel so viel dings investieren müssen und verteidigungssachen die können nicht eingenommen werden aber die bringen auch keine xp die truppen das heißt die bringt keine ressourcen das ganze was ich hier gemacht hat war total für für die katz ob er da persönlich runter kommt kaum noch truppen naja du musst quasi hier vorne die die türme einfach wieder nachbauen damit die quasi sterben wenn sie weiter laufen aber nur der vordere punkt ist gelockt der hintere punkt wird wahrscheinlich gelockt wenn ich da vorne einnehmen der hier vorne auch gelockt wird der punkt das werden so viele monster von allen seiten kommt ich habe keine ahnung wie ich bellakor töten soll aber das schadensresistenz verfliegt jetzt der mali wenn wir den punkt einnehmen so wo habe ich türme ja der große ansturm von hinten ja das ist zeit er kommt wird halt von allen seiten kommen na er wird halt wirklich das wird so übel das wird so übel wo das wird so übel das wird so übel so die müssen auf bellakor gehen das wird so übel wir machen mal nur wir machen mal nur so tja w w w w w w w Oh, auf geht's. Okay, naja, also Belakor kommt, logisch. Dann kommt da ein Soulgrinder raus. WTF, schnappt ihn euch. Okay. So, was hat denn unser Dämonenprinz für besondere Fähigkeiten? Hat der irgendwas? Nö. Oh, Schwein gehabt. Er hat einfach nur gute Stats. Unendlich viel Führerschaft. Ordentlich Damage. Ja, aber guck mal, schaffen wir am 1 gegen 1, dürfen wir es schaffen. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr, äh, Truppen zum... Komm, hier. Drauf da. Okay, unser erster Punkt wurde überrannt. Sehr schön. Der zweite Punkt wird gelockt, wenn man ihn einnimmt. Den hinteren. Ja. Der zweite Punkt wird gelockt. Oh, Hauin. Tee, auf die warte ich, dass ich mir die dazu holen kann. Musik Musik Boah, er verliert Warum verlierst du denn? Mein Blatt Der hat Boah, ich hab nicht auf seine HP geguckt Boah, ich hab nicht auf seine HP geguckt Wurdest du bitte landen Danke Boah 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 Ja, Truppen. Geiler... Das ist zu viel! Scheng-Yang-Flaufen! Dragon Crossbones! Order and balance Never conquered Marching as one Order and balance It is fading And the cannon Start the retreat Ghosts in harmony Send us off Cathy Never conquered Start the retreat Send Yanks faithful Get back on defense Retreat! Withdraw! That man is dismissed Dragon Guard Never conquered Sound the retreat Dragon Guard Restore order Harmonious Rock Take our schedule Storage Come on Dragon's Fury Chengliang is faithful Dragon Guard Dying 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 Einmischung! Kaution! Let's die Emperor! Don't get me wrong! Bubble Helm! Dragon Gun! Emperor! Let's go of us! Emperor! Beats the best! All in formation! Komm schon, noch ein paar Prozent. Noch ein paar Prozent. Ach, das wird wahrscheinlich nix. Ja, das ist glaube ich zu viel. Türbe sind halt alle ausgeschaltet. Ja, das ist gut. Das ist einfach zu viel Das ist einfach zu viel Sieg Kaffe Scheng Yang Sends Dragon Crossbows Celestial Fury Celestial Fury Harmonious Rock Stone and Steel Ender Zoday Harmonious Rock Stay in formation Dragon Crossbows Crossbowmen Dragon Crossbows Fight as one Order and balance Crossbowmen Defenders of Cafe Star of the Retreat Marching as one Set by Dragon Oh Move as wind Great enemy Volker Yes We will be with you Talons Oh Was ist das denn für ein Sieg alter Komm schon I 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 mir fehlen noch zweiter mal war sagt er mir war das hat auch keine zahlbar vielleicht muss ich den punkt da hinten einnehmen ist halt keine seelenzahme einmal drinnen vielleicht muss ich noch warten bis die sporen das wäre hart jetzt mal um die prozente bringen da ist ein seelenzahme einmal ja da wäre doch einer gewesen ja dann wäre das normal spielen bzw ich spät noch mal na gut dann folge ich mich da mal solo durch und dann zeige ich euch die endgames fertig heißt ja geschafft ich hoffe ich schaffe den scheiß aber ich muss das ein bisschen anders lösen ist das irgendwie anders machen ich darf da nicht hoch auf den punkt laufen ich muss die muss die unten behalten quasi sich die unten von den seiten richtig schön rein zimmern kann da hoch auf den punkt zu laufen war eine total bescheuerte idee ehrlich bin ich muss mehr mehr türme setzen und das mit das quasi mehr verteidigen dass die schwächter sind aber wir 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 gucken mal ich krieg das schon irgendwie die verstärken wir haben zwei seelen zwei mal gefehlt da war der eine hat mir gefehlt und hier oder so hat noch einer gefehlt ja haben wir zwei seelen zwei mal gefehlt würde ich geschafft ja gut dann sehen wir uns beim nächsten mal hau da rein so auf geht es bei moin moin ich habe es geschafft nach ein paar mal versuchen habe ich hingekriegt das heißt ihr kriegt erst auf die endgames cinematic fast zwei stunden an dem scheiß gesessen also ich so habe ich die kanonen einsetzen können hinten das hat mir vieles erleichtert die kanonen hinten in stellung bekommen das ist zwei habe ich in stellung bekommen wenn das jetzt das ist der dritte versuch wenn der jetzt auch wieder gescheitert wäre dann hätte ich mir eine armee umgebaut durch die kanonen wahrscheinlich rausgenommen und mehr himmlische drachen wachen und mehr infanterie mitgenommen oder so geschafft klemmt das dann einfach hinten ans letzte video an würde ein bisschen länger passt schon so jetzt gibt mir mein verdientes endgames cinematic cinematic ja gefangene hinrichten so jetzt bin ich mir nicht mehr ein 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 für Belakor ist verquished, die God-Hood ist verloren. Wie wurde es gesagt, in den depths der Forge war der Körper von Ersan, der once-mighty God von Kislef. Ein Drägen steht vor einem Lebenloser God. Aber alles ist nicht verloren. Der Spiritswind ist gefeiert. Auch Ersan muss noch einmal sprechen. Ersan wird immer wieder aber seine letzte Kindheit wird nicht vergessen. Ersan, Das Blut war genug, um meine Wurzeln zu verbrechen. Die Wurzeln wurde von der Tome des Fates verbrechen. Jetzt ist es mir für meine Wurzeln. Eine Wurzelnbe Wurzeln, die Lone-Witness zu meiner Ascension. Kommt, little one. What fate awaits uns? Da hätte ich ja jetzt mehr erwartet. Balakor wurde besiegt, zurück in die Schatten verdrängt. Der Fluch, den er so verachtete, den er so sehr zu brechen versuchte, wurde von Cinch mit großer Freude wiederhergestellt. Aber noch ist der Wandler der Wege nicht fertig mit dem ersten Dämonenprinzen. Er macht Balakor ein letztes Angebot, seinen physischen Körper erneut zu manifestieren. Der dunkle Meister, der jede noch so kleine Gelegenheit beim Schopfe packen muss, nimmt an. Doch gerade er müsste wissen, dass ein solches Abkommen mit dem großen Täuscher nicht ohne Tücke ist. Balakor hat seinen Körper zurück. Zumindest ist vorübergehend. Als ihm schon bald die Bedingungen des Abkommens klar werden, entbrennt in ihm ein verbitterter Zorn. Er muss dem Feind dienen, der ihn besiegt hat. Er muss euch dienen, sofern ihr es erlaubt. Aha! Wup, wup! Bittete! Ha! Okay! Das war Total Warhammer 3 mit dem Eisendrachen. Tja, Mensch. Die letzte Schlacht war zwar... Uff! Ich sitze hier seit zwei Stunden an der Schlacht. Aber... War ein würdiges Ende. War cool. Das ist echt eine coole Schlacht gewesen. Ich glaub, manche Armeen, manche Reiche werden es einfacher haben. Nörgle zum Beispiel, glaub ich, wird das sehr viel einfacher haben. Weil Nörgle, wenn der einmal steht, dann steht er und da wirklich sehr viel Nahkampf kommt. Obwohl, gegen die ganzen... Ah, weiß nicht. Gegen die ganzen Zerfleischer wird vielleicht Nörgle auch ein Problem kriegen. Ah, müsste man mal gucken. Joa. Ähm, das nächste Let's Play zu Total Warhammer 3 wird's wahrscheinlich erst geben, wenn... Neue Völker rauskommen. Oder Immortal Empire Kampagne kommt. Je nachdem, was zuerst kommt. Schon richtig Bock hab mit Inscaven oder so. Hier hinten aufzumischen oder so. Da ist wirklich Bock drauf. Ich liebe ja Scape. Oder mit Nörgle in der alten Welt starten. Das wär ja auch cool. Aber mal gucken. Joa. Dann... Ist das Let's Play hier zu Ende? Was als nächstes kommt, da muss ich noch ein bisschen gucken. Überlegen. Ich schwank momentan zwischen 40k und Demon Hunter Chaos geht. Ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Oder sowas wie in Kingdoms Reborns nochmal. Oder in, äh... Joa, weiß ich nicht. Ich guck mal. Auf was ich Lust und Laune hab zu machen. Aber auf jeden Fall... Joa. Wünscht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Und... Bis dann! Hau da rein! Ja... Joa. Ja! Bis zum nächsten Mal.